hallo schön zusammen ich wollte ganz kurz mich melden und euch noch mal kurz bescheid geben dass ich dieses gewinnspiel um zwei drei monate verlängere also man spricht jetzt ich würde euch jetzt bis ende april zeit geben weil ich in den ersten video total aufgeregt war und gedacht habt ja gut vielleicht schafft man das in einer woche aber bei so einem gewinnspiel gebe ich euch jetzt noch mal zeit also zwei bis drei monate ich würde sagen ende april anfang mai je nachdem wie er es schafft also wie gesagt in dem zeitraum ist es zu schaffen ich würde mich sehr 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 freuen wenn ein paar mitmachen würden und wie gesagt diese sachen sind zu gewinnen und und ich lege euch noch eine kleine überraschung mit rein also wie gesagt die möchte ich leider oder nicht verraten weil ja weil ich euch einfach überraschen möchte und einen kleinen tipp wollte ich euch noch geben welche farben ich gerne mag weil viele wissen nicht welche farben ich mag und das ist nur so ein kleiner tipp für euch vielleicht habt ihr ja schon was gebastelt aber das ist überhaupt nicht schlimm weil ich sage euch jetzt einfach die farben in ein extra ich blende euch da jetzt ein bild rein wo die ganzen farben draufstehen und arms und ansonsten tut ihr einfach drauf los basteln also wie gesagt ich würde mich auch gerne überraschen lassen weil die überraschung einen richtig gut tut weil der alltag ist schon so stressig ist und wie gesagt lasst euch zeit und habt spaß dran ist alt überhaupt nicht und wie gesagt als kleine überraschung lege ich dann noch was dazu entweder was von action oder was anderes ja das möchte ich aber jetzt nicht verraten und wie gesagt habt spaß dran und wie gesagt solltet ihr etwas fertig haben dürft ihr es mir per pm bei facebook schicken oder per e mail oder per instagram also bei den drei sachen bin ich immer eigentlich erreichbar außer ich bin mal unterwegs und melde mich dann später bei euch gut das war es auch wieder wie gesagt ich lasse euch jetzt bis ende april zeit es ist eigentlich gut zu schaffen und ja dann hören wir uns und sehen uns in dem nächsten video tschüsschen